Tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Ja, ich finde, da zeigt unsere Schule Solidarität halt und das finde ich sehr gut. Ich finde es einfach symbolisch sehr schön, weil das mit dem Brot teilen, weil Jesus das ja auch gemacht hat und so. Deshalb finde ich, ist es eine schöne Symbolik, dass wir das jetzt auch mit der gesamten Schule nachstellen.